hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mini beantwortet schnell ich weiß nicht wie vielen videos es ist egal ob du redest oder nicht die kennen dich bereits sie für meinen kanal und nicht für deinen ich hab kein kanal stimmt noch nicht ja es gibt menschen die man zu ihrem glück zwingen muss in dem fall muss ich jetzt gegen den willen vom herr lindner nennen wir mal ja immer einen kanal machen und die eine millione malent erstmal auf pushen die du hast na ich habe weit mehr sonst könnte ich dir nicht das ist irgendwie so ein anzeige packt und man kann alles das ist komisch 98 eigentlich sind es mehr ich denke das weiß auch jeder ich glaube nämlich dass das auch eine verschwörung von den illuminaten und der usa ist ja klar ich habe wirklich fast zu wollen angefangen ich richtig gut ich habe mir fast geklappt aber aber klug bin ich schon wie machen wir erst da stirbt ja dann doch ja ja stimmt ich bin offenbar nicht mehr wichtig fürs team ja an die zuschauer ich werde auch mit mir bald ein mikrofon kaufen dann ist das besser weil in letzter zeit hört man auf meine maus wurde auch gesagt von mehreren und das stimmt aber als guter präsident werde ich dagegen folgen präsident richtig gleich ich kandidiere 2000 ist die nächste 2 22 22 als präsident ich werde 35 warum ja wir waren keine drei stunden spürt na bitte ist los noch jetzt kommen hier ist die kampfmaschine back im business amt mich die ganze zeit die nase auf die politik nur schnupfen aber eigentlich nur die nase auf ziehen müsste aber aus business gründen und besser zu vermarkten habe ich jetzt entschlossen dass ich das schreibe ich gehe gerade mit gelb nach grün zukunft nach grün hausen und du weißt dass ich das so gemeint habe ich bin bei ihr bett ich bin bei ihr bett die runde muss sowieso fertig spüren wir haben wieder in unserem team am meisten gelieft nice wie immer verfügte scheiße die scheiße ist am dampfen weiße wort unser team ist bei gelb gelb ist bei uns ich bin gut darin gegen belanglosen dinge zu halten das stimmt die wir heute doch unter die kampf ist das ist das ist schon so gut wie wir wissen kann so gut etc jetzt hätte ich jetzt nicht nicht gesagt aber besonders schweres nöse und die überschätzt nie unterschätzt nachher ist glaube ich eigentlich nicht guter präsident weil das präsident darf man so was natürlich nicht sagen das wollte ich nur als beispiel bringen so was wie jetzt gerade passiert dann natürlich nicht wenn ich das so gut wie viel glaubst du kriegt ein flüchtling in österreich im lager und wenn sie eine eigene wohnung weil ich glaube richtig viele dessen ergeben also wenn ich sag kann sag wie viel glaubst du kriegst ein flüchtling in österreich höchstens und wie viel mindestens ohne nette oder brutto was hat der brutto wieviel kriegst du nicht dass es verstärkt wird was sie kriegen das ist nett ja da gibt es kein brutto ja wenn es nicht verstärkt wird gibt es kein brutto richtig ja wie scherz 800 weiter 320 wenn sie eigene wohnung haben und 40 oder sind eine fünfköpfige familie kriegt höchstens 910 euro ach so ok bei mir ist das schon voll das war geplant das war geplant das ist um die gegner zu verwirren das ist eine neue taktik die ich mir überlegt habe das ist eigentlich ein ganz gutes commentary zwar ohne wörter aber zumindest mit vielgeräuschten wuuh 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 F und wuuh wuuh brot Oh, leider habt ihr das jetzt nicht gehört, lol. Oh, leider, als hättet ihr den richtig... Das ist eigentlich Schauspielvideos, die ich hier mache, weil eigentlich bin ich ja gar kein Spaß. Das schaut halt mal so aus. Ja, die Runde, die ist ein Pulsacher. Die haben eher gedacht, dass er besser war. Aber nein... Meinen Sie das ernst? Ja, ich hab's ja gesagt! Naja, nice, das haben alle geläftet, deswegen waren wir am Ende zu wenig. Wie gesagt, alles mir nicht schuld. Bis zum nächsten Mal. Alles geläftet... 10 oder 15uncier Punkt. 7. Das ist schon so ein St cremick. 1.,1. 1. 5. 7. 6. 5. 5. 6. 6. 7.